So, jawoll, weiter, lauft nach vorne, Jungs, lauft nach vorne. Ah, das sollte natürlich zu dem neben mir gehen. Ich weiß nicht, warum man da jetzt versucht hat, zu steil zu passen. Gefährlich. Gefährliche Situation. Ah, daneben. Ich hätte ihn mal so schön haben können. Los, Jungs, schöner Einsatz. Dann nochmal. Nathan Walker? Jeden Tag hat irgendwer Geburtstag hier. Macht doch Sinn. Theoretisch. Bei den abermehrenden Spielern, die England hat. Ah, Mist. Mieser Pass. Kannst du hochspielen? Ah, naja, okay. Hätte er sein können. Okay. Was waren hier eigentlich unsere Aufgaben? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Oh, scheißegal, was meine Aufgaben sind. Ich spiel einfach mein Spiel und schau, dass ich gewinne. Ja, und los. Oh Mann, Junge, die Pässe sind scheiße. Kann ich denn dafür? Der hätte einfach nur zurücklegen müssen, hätte ich viel Platz gehabt. Und das ist halt eine schlechte Passvorgabe von mir. Was soll ich denn machen, wenn die KI mir so einen Pass zugibt? Nee, except, ich hab keine Ahnung. Jetzt hat er raus da. Oh, ich glaub, mein Gegner ist auch schnell. Ja, ich wollt grad sagen, dieser Gravenberg, welches ist auch ziemlich stark und schnell. Verdammt, ist der schnell. Oh, Junge, ey. Einsatz. Leute, ich will hier nicht mit dem 0-0 rausgehen. Jetzt kommt, Jungs, macht was draus. Ja, ich versuch, den Ball grad irgendwie zu kriegen. Aber es funktioniert nicht. Echt jetzt 0-0? Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Ja, wir haben noch eine Chance. Warum nicht? Komm, 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 ran da jetzt. Zwei Minuten, das wird nichts mehr. Ja. Ah, 0-0 leider nur. Ah, das war jetzt nicht die beste Partie unseres Lebens. Ich meine, 7-2 Wertung. Lass keine Ballverluste zu. Stütze dich nicht immer Hals über Kopf. Deine Kurzpässe lassen zu wünschen übrig. Ja, ich hab nicht das Gefühl, dass ich heute sonderlich gut gespielt habe. Ich hatte auch keine Aufgaben gerade, ne? Ah, das war nicht so ein gutes Spiel. Ah, nee. Ich bin nicht super begeistert von dem, was ich gerade gemacht habe. Ich kann mir übrigens das Geld nicht ausgeben. Das wird ja immer wieder gefragt. Aber, äh, man kann sein In-Game-Geld wohl nicht ausgeben, warum auch immer man dann Einnahmen hat. Aber, EA-Logic. Ich denke mal, damit ist alles gesagt. Skill-Punkte. Ja, kann ich halt nicht viel machen. Was wollte ich als nächstes machen? Lange Pässe? Nee, Flanken. Außenrisspass? Nee, was wollte ich denn machen als nächstes? F-Mate. Behaltschossgenauigkeit. Theoretisch, aber das kann ich ja nicht. Ähm, vielleicht irgendwie, äh, erhöht die Energie zum Spielende. Oder irgendwas, was ein bisschen mit Pace zu tun hat. Ich glaube, irgendwie sowas in der Art, vielleicht ein bisschen Pace. Warum sollten wir nicht ein bisschen Pace skillen? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So. Bevor wir Richtung Finale des Tages kommen, nochmal eine kurze Pause. Und dann geht's weiter hier. Nach dem 0-0 werden wir jetzt wieder reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020